Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. m-plakat.de Wir sind 30 Kilometer nordöstlich von München in der Stadt Erding. Zentrum im Herzen der Altstadt ist der Schrannenplatz. Sein Name weist auf die große Tradition im Getreidehandel hin. Von den ursprünglich vier Stadttoren gibt es nur noch das Osttor, auch bekannt unter Landshuter Tor mit dem schönen Turm. Dieses Tor war das größte Stadttor, da es zur damaligen Hauptstadt Landshut führte. Wir haben unter anderem die Band D. schon wieder besucht, waren im Atelier von Rudolf L. Reiter und in einer Schachtelwerkstatt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier in der Erdinger Altstadt unterwegs, genauer gesagt in der Pfentnergasse. Und ich bin auf der Suche nach Honig. Und hier lese ich schon, Honig aus dem Erdinger Land. Da schaue ich jetzt mal rein. Ja, da ist er ja, der gute Honig. Hallo Claudia, das hier ist also dein Laden. Ja. Seit wann hast du den Laden hier? Seit 2015. Okay, also noch gar nicht so lange, fünf Jahre. Richtig, ja. Und bist du so eine echte Erdingerin? Nein, ich komme von der holländischen Grenze, also vom Niederrhein. Und bin sukzessive nach und nach Richtung Süden gegangen. Okay, bis du hier in Erding, mitten in der Altstadt gelandet bist. Genau, ja. Okay, aber war das schon immer ein Traum von dir? Da hattest du vorher schon so einen Tee-Kalkräuterladen? Wie kam es dazu? Es kam eigentlich dazu, ich habe das gelernt, ich komme ursprünglich aus der Apotheke. Also hast du in der Apotheke gearbeitet? In der Apotheke habe ich gearbeitet. Was toll war, mein Chef damals, der war für die Phytotherapie, wie auch die Schulmedizin, also auch die, deshalb habe ich beides gelernt. Was heißt Phytotherapie? Das ist, das Arbeiten mit den Pflanzen, weil eigentlich entsteht ja alles aus der Pflanze. Also auch die Medizin, eigentlich alle Medizin ist aus Pflanzen gemacht. Genau, die kommt auch aus dem Pflanzenbereich. Und deshalb habe ich das gelernt, also ich habe es gelernt und bin aber eigentlich beruflich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, was denn? Will ich jetzt schon alles wissen. Ich war Personalleiterin, mehr im kaufmännischen Bereich, also Bürotätigkeiten und habe mich aber dafür entschlossen, vor fünf Jahren, dass ich doch irgendwas anderes, Spannendes noch machen möchte und habe gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Hey, dann hast du jetzt wirklich komplett dein Berufsding umgedreht jetzt. Ja, im kaufmännischen Bereich habe ich immer noch. Ja, stimmt, stimmt. Und bist wieder zurück zu den Pflanzenheilkunden. Richtig. Okay, und was hast du jetzt hier alles in deinem Reich hier? Ja, wie gerade schon die Evonik. Also ich achte so ein bisschen darauf, dass ich wirklich die Ware auch ein bisschen heimatnah bekomme. Das ist jetzt aus Walpertskirchen. Ich habe auch eine kleine Manufaktur aus Dorfen, die dann zum Beispiel auch Gewürze und Marmeladen und Senf mir liefert. Dann habe ich mein Steckenfett, sind die Heilkräuter. Ich mische selbst auf Heilpraktikerrezepte oder auch auf Wunsch. Dann habe ich dazu genommen ein bisschen Gewürze, habe aber auch den klassischen Tee wie schwarz, grün, Früchte. Also hinter dir sind jetzt gerade die ganzen sozusagen normalen, wie nennt man das, normalen Trinktees, oder? Oder haben die eigentlich auch alle irgendeine Heilfähigkeit? Es ist mehr der Geschmackstee, wobei natürlich auch ein Schwarztee, ein Grüntee eine Heilwirkung haben. Eigentlich ja jede Pflanze wahrscheinlich, wenn man genau ist, oder? Ja. Und zeig mal, was hast du denn da so? Ich schaue da immer so gerne rein. Hast du irgendeinen mit vielen Blüten oder so was? Nehmen wir doch mal die Sonnenblüte. Ja, wir schauen doch immer, da kann man so schön reinschnuppern. Genau. Ja, darf ich mal? Ja, ganz toll. Riecht sehr gut. Nach Orange oder Cito oder Pfirsich oder sowas? Richtig. Also das ist jetzt ein Schwarztee. Da sind Blüten und Früchte auch mit dabei. Sehr beliebt. Schon, ja. Ja, okay. Dann schauen wir jetzt auch mal auf die andere Seite zu deinen Heilkräutern. Das sind die Heilkräuter. Richtig. Die Baldrianwurzel. Zeig mal. Ich will mal sehen, wie sowas aussieht. Gerne. Also das wird jetzt nicht so ein toller Duft wie bei den anderen Duften. Ach so. Gerne. Oh. Ja? Ja. Ach wohl, nee, 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 nee. Ist schon. Ist schon. Also das ist jetzt die Wurzel. Nicht so schlecht. Für was ist Baldrian gut? Genau, also Baldrian beruhigt unheimlich. Baldrian mische ich zum Beispiel jetzt auch in den Schlaftee gegen Schlafstörungen. Okay, also du machst wirklich eigene Mischungen. Also es kommen Kunden, die dann sagen, ich schlafe so schlecht zur Zeit, hast du nicht irgendwas, oder? Genau, richtig. Also ich habe über 300 Einzelkräuter. Und aus diesen einzelnen Kräutern mische ich dann auch meine Heilkräutertees. Zeig mal so eine Mischung. Wie sieht das dann aus, wie zum Beispiel jetzt dieser Schlaftee? Dieser Schlaftee? Ja, die goldene Mitte hast du den genannt, oder? Richtig. Findest du deinen Namen dafür? Das ist jetzt ein Schlaftee, da ist der Hopfen mit dabei, der beruhigt die Melisse, der Baldrian. Schön sieht es aus. Ja, es sieht immer so schön aus, finde ich. Ganz toll. Was hast du denn da noch so an Mischungen? Also das heißt, du hast deine Erfahrung, ich meine, das kann man wahrscheinlich in Büchern natürlich lernen, welche Kräuter für was stehen und gut sind. Und dann hast du aber damit das weiterentwickelt, auch für dich, oder? Genau. Also letztes Jahr bin ich dann nochmal zur Schule gegangen, weil ich sage immer, die komplementäre Heilkunde ist das, was wir brauchen. Nicht nur die Heilkräuter, das klassische Beinbruch, das kann ich nicht mit Kräuterchen irgendwie wieder heil machen. Aber ich könnte im Nachhinein mit Kräuterchen zur Genesung beitragen. Ja, okay. Was hättest du jetzt da zum Beispiel? Hast du da auch was? Also jetzt speziell steht er da nicht. Aber natürlich gibt es, um auch die Knochen ein bisschen zu stärken, ganz klassisch Kieselerde. Das ist aber auch der Schachtelheim, wo ganz viel Kieselerde auch mit dabei ist. Und wie sieht Kieselerde eigentlich aus? Kieselerde. Also das ist ein Pulver. Ach so, ist das ein Pulver. Ganz weiß. Hey, ah ja, okay. Ein bisschen wie Mehl. Ja, das ist Kieselerde. Also nicht braune Erde, wie man denkt, sondern eben Kieseler, weiß, ja, oder so. Genau, richtig. Falkig oder so. Verstehe. Und das ist super für die Knochen, fürs Bindegewebe, für die Haare, für die Zähne. Und sowas sagst du dann, nimmst löffelweise oder wie? Genau, richtig. Zum Essen dazu. Zum Beispiel einen halben Teelöffel am Tag. Stärkt also komplett auch schon die Körper. Also du kennst dich wirklich aus. Und hier hinter dir, was sind das in den schwarzen Boxen? Das sind alles Gewürze mit Einzelgewürze. Gewürze hast du auch. Die natürlich auch wahrscheinlich in deinen Heilkräutertees sind, oder? Teilweise schon. Ganz klassisch Kurkuma. Gemahlen. Das kennt man ja so schön gelb. Genau, ist zur Zeit, oder schon längere Zeit, dieses Superfood. Das kommt mit in die Tees. Aber auch Petersilienblätter. Okay, genau. Boxen und Klesamen, ganz toll für Stilltees. Stimmt, ja. Schon mal gehört. Ja, ganz toll. Was sind das hier für alte Fotos hier? Ja, das sind meine Oma und mein Opa. Wirklich? Ja. Wo? Das ist meine Oma und das ist mein Opa mit meiner Urgroßoma. Und das ist also dann... Meine Oma ist dieses kleine Mädchen. Ach, das ist ja herrlich. Ihre zwei Brüder. Und das ist meine Urgroßoma, die dort steht. Und die hatten auch so einen Laden wie du. Das sieht ja wirklich so aus, als wäre es fast hier. Richtig. Das ist aber nicht, oder? Das ist in Duisburg. Ja, meine Großeltern hatten auch so ein Kolonial. Dann bist du der Tradition deiner Familientreue geblieben. Eigentlich schon, ja. Sehr schön. Und jetzt möchte ich mal, dass wir zusammen einen Tee mischen, ja? Aber dann machen wir erst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine kurze Unterbrechung. Plakatwerbung in Ihrer Heimat. Erreichen Sie Ihre Kunden mit Ihrer Plakatwerbung daheim. In München und in ganz Oberbayern. Einfach, zuverlässig und schnell. Wir sind in der altbayerischen Herzogstadt Erding und besuchen Claudia Goldhausen, ihrer süßen kleinen Manufaktur. Okay, Claudia, was für einen Tee mischst du da jetzt an? Wir mischen jetzt den Schlechtwetter-Tee. Schlechtwetter-Tee, aha. Ja, gerade passend jetzt zu dieser Jahreszeit. Das ist jetzt einmal Eukalyptus. Eukalyptus. Dann haben wir dabei die Pfefferminz. Aber das, ach so, du machst jetzt genau, du schaust natürlich genau, wie viel Gramm. Richtig, ja. Also das ist eine Rezeptur, da muss ich dann genau drauf achten. Deswegen wiegst du das da jetzt? Da kommt jetzt mehr Pfefferminz als Eukalyptus rein. Ja, doppelt so viel oder dreimal so viel oder sowas, oder? Nein, der Eukalyptus ist schwerer. Ah, okay. Deshalb ist der Pfefferminz jetzt, sieht es in der Menge aus. Ja, sah es ja aus. Okay, sah aber gar nicht. Und was kommt noch dazu? Dann haben wir einmal das Lungenkraut. Lungenkraut. Ist das auch gut für die Lunge? Das ist gut für die Lunge. Da kann man auch von ausgehen, die meisten. Jetzt kommt nochmal jemand. Wir wollen mal schnell noch den Tee zu fertig mischen. Genau. Lungenkraut. Genau. Man kann es auch teilweise wirklich abwandeln. Lungenkraut. Eben, wenn es so heiß ist, dann ist es auch gut für die Lunge. Genau. Dann haben wir die Königskerze. Sind das diese schönen Blüten? Königkehle? Ja, genau. Ui, ja, die sieht interessant aus. Da freut man sich immer, wenn man sie im Garten hat. Und was hat die für Heilkräfte? Nicht Heulheilkräfte? Speziell auch Bronchien, Lunge. Sie legt sich ganz fein auch drauf. Das sind Schleimstoffe auch. Falls man ein bisschen Husten hat oder Bronchitis oder so, das Abhusten wird leichter. Okay, Königskerzen. Und dann noch eine Zutat. Dann haben wir den Spitzwegerich. Spitzwegerich. Wie sieht denn der aus? Okay, wie viel Gramm hast du jetzt da angemischt? Insgesamt? Das können wir gleich. Alles steht da noch gar nicht. Genau. Und was noch ganz nett ist, genau, die Rose. Schau natürlich auch. Ist ja auch so ein bisschen fürs Auge dann, oder? Wenn so ein Tee schön aussieht. Richtig. Und bist du dann gar kein Kaffeetrinker und nur Teetrinker? Ich trinke beides. Beides. Ich brauche den Kaffee im Ohr. Schon, schon. Also du bist nicht so die Oberverfechterin, dass man nur Tee trinken soll und Kaffee nicht gut ist. Nein, nein. So, jetzt wird gemischt. Gemischt, okay. Ja, dann lassen wir dich jetzt erstmal mischen und hier noch den Kunden bedienen und dann probieren wir den Tee gleich, gell? Gerne. Also jetzt probieren wir mal den Schlechtwetter-Tee. Kann man den schon trinken, oder zu heiß? Mh, sehr gut. Ganz lecker. Mh, mit der Pfefferminze. Und sag mal, jetzt gerade so in der Lockdown-Zeit und Corona kommen dann viele, die auch fragen, was kann ich jetzt tun, dass mein Immunsystem gestärkt wird? Ja, kommen schon. Kommen viele, ja. Und hast du da einen Tipp? Will ich auch wissen. Also das Immunsystem A, Sport, Bewegung, frische Luft. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel das Gerstengras, was ganz gut ist fürs Immunsystem. Das Hacke-Botten-Pulver ist ganz gut fürs Immunsystem. Es gibt aber auch den einjährigen Beifuß. Das ist ein Tee, also das sind Pulver, die man sich halt irgendwo in Smoothies mit einarbeitet. Und der einjährige Beifuß ist also ein Tee, der einen Nobelpreis auch hat, gegen Krebs und Malaria. Tatsächlich. Wirkt bei Bakterien und Viren und wirkt bei Bakterien und Viren. Und da kann man natürlich viel vorbeugen. Eine Tasse am Tag. Okay, danke. Danke für die Tipps. Und schön, da habe ich wieder viel gelernt hier mit deinen Kräutern. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit verabschieden wir uns von Ihnen. Hier der Rudi, unser Kameramann, kriegt jetzt den Tee noch und machen sich auch mal wieder einen leckeren Tee. Wiederschauen.